Elblatt Klinikum Meißen in den Morgenstunden. In einem Konferenzraum treffen sich die Zentrumsleitungen des Hauses, und zwar die Zentrumsleitung der vielen verschiedenen Stationen. Diese Strukturen sind notwendig und sinnvoll, weiß Pflegedirektorin Bianca Svoboda. Also seit 2018 haben wir die Managementstrukturen der Zentrumsleitung hier am Elblatt Klinikum Meißen etabliert, und aufgebaut sind die Personalstrukturen im Pflegebereich. Also obere Verantwortung ist die Pflegedirektorin, das bin ich, die Frau Svoboda. Und dann arbeite ich gemeinsam im Team mit den vier Zentrumsleitungen zusammen. Zentrumsleitung für den Bereich Mutter-Kind-Frauenzentrum, für den Bereich Chirurgie, für den Bereich Neurologie und Innere Medizin. Und für den Bereich Intensivmedizin und Akutmedizin. Ein Blick in das Mutter-Kind-Frauenzentrum. Dort treffen wir auf eine junge dynamische Frau, die die Zentrumsleitung innehat. Mein Name ist Sarah Ziesche. Ich bin seit Januar 2023 jetzt hier am Elblatt Klinikum tätig. Ich habe die Zentrumsleitung für das Mutter-Kind-Zentrum übernommen. Das bedeutet, ich bin zuständig für die Pädiatrie, für die Gynäkologie und auch für die Geburtshilfe. Wir versuchen also wirklich kurze Informationswege einzuleiten. Das bedeutet, wenn wir also Maßnahmen besprechen oder in eine andere Richtung gehen wollen, dass das sofort ins Team kommuniziert wird und dadurch auch die Umsetzung sofort auf der Station erfolgen kann und dann eben auch wirksam ist am Patienten. Kerstin Pialas ist für die Pflege im Bereich Chirurgie zuständig. Kurze und zielgerichtete Kommunikation mit der Pflegedirektorin gehört auch hier zum Alltag. Ihr Aufgabenspektrum ist umfangreich. Da geht es um die Aufnahme von Patienten, Überleitung in den OP-Trakt, dann weiter stationäre Versorgung, dann auch die Fort- und Weiterbildung von Personal, Partizipation. Wir arbeiten hier sowohl in einzelnen Stationen als auch fachübergreifend. Und durch meine Position, damals auch als OP-Schwester, kann ich jetzt mitwirken, dass auch Pflegekräfte, die hier Pflege am Bett machen, auch das mal sehen, was im operativen Geschehen im OP-Trakt stattfindet. Und das bringt auch enorm viel für die Qualität am Patienten, auch für das Out-Kampagnen. Kathleen Goldbach verfügt ebenfalls über jahrelange Erfahrungen im Bereich Pflege. Die Zentrumsleitung in den Bereichen Neurologie und Innere Medizin liegt in ihren Händen. Für sie ist ihre Leitungsaufgabe wichtig für alle. Ich bin eine Schnittstelle zwischen den anderen Berufsgruppen, das heißt zwischen meiner Vorgesetzten, der Frau Swoboda, aber auch der Krankenhausleitungssitzung. Und so entstehen kurze Informationswege, was ich persönlich auch als Schwester für sehr wichtig halte, für die Transparenz im Krankenhaus, eben für den Austausch von Informationen, dass der schnell auf Station ankommt. Der einzige Mann in der Pflegeleitung des Elbland-Klinikum Meißen ist Rainer Funke. Er hat den außergewöhnlichsten Weg zum Zentrumsleiter in der Intensiv- und Akutmedizin beschritten. Ich war lange vorher auch in der Huniklinik und bin eigentlich gelernter Werkzeugmacher. Ich habe den Sprung über die Industrie, die Medizin gewagt mit Bachelor- und Masterstudienabschluss. Und ja, ich finde das sehr spannend, auch heute immer noch täglich durchzugehen. Und ich achte das auch sehr und ich finde es auch bewundernswern, wie jede Kollegin hier auch täglich kommen, mit welchem Engagement sie arbeiten und auch die Leitungen, die einsetzen sich, die Mitarbeiter zu motivieren und auch die Dienstpläne so zu gestalten, wie das so möglich ist. Es ist ein kollegiales Miteinander, auch und vor allem in der Pflegeleitung. Da darf ein Blumenstrauß zum Geburtstag nicht fehlen. Dass eine gute und solide Patientenversorgung nur mit zufriedenen Mitarbeitern möglich ist, weiß man im gesamten Klinikverbund ganz genau.